so moin leute und herzlich willkommen da es geht jetzt um eine mischung aus info video und so weiter und zwar nähert sich mein 100 abonnenten special ich kann schon kaum erwarten auf 5 abonnenten 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 ja und ja jetzt ja jetzt brauche ich ideen was ich da machen soll also als special auf alle fälle möchte ich keine verlosung machen da gibt es ein paar dinge die ich da nicht so doll dran findet an der fake e-mails und so weiter alles arsch will ich nicht deswegen nicht verlosung aber irgendwas anderes sagen eure meinung ihr könnt doch selbst irgendwas was es noch nicht gibt was ihr euch freuen würde einfach in die kommentare einfach an die kommis und los mein spaß und ja dann guck ich mir das an informieren mich und dann ja dann wird das eventuell mein special und der der die beste idee bringt ja auch der krieg eine belohnung nämlich ein abo falls sie noch ganz hat ja aber vielleicht schon auf alle fälle um schreibt mir in die kommentare eure idee ok schaul Leute